Hallo Freunde der Kanaren, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Gyni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Das Oropuschfieber Ein dort ansässiger 49-jähriger Mann war auf Kuba gewesen und hat scheinbar die Infektion mitgebracht. Großbrand in Las Palmas Am Donnerstag verursachte ein Feuer den Großbrand von mehreren Palettenstapeln im umzäunten Bereich eines Unternehmens in Mercalas Palmas. 124 Migranten Die Streitkräfte dieses Landes berichten, dass die betroffenen Menschen Erste Hilfe erhalten haben, bevor sie zum Hafen von Dekla transportiert und den Diensten der königlichen Gendarmerie für die entsprechenden Verwaltungsverfahren übergeben wurden. Zum Schluss noch ein paar Bilder zum heftigen Unwetter auf den Balearen. Nachrichtenmix Das Oropuschfieber ist eine tropische Infektionskrankheit, ausgelöst durch einen Virus. Es wird durch Stechmücken bzw. durch die Gnitze Colicoides parensis auf den Menschen übertragen und wird daher zur nicht-taxonomischen Gruppe der Aboviren gerechnet. Als Virusreservoir dienen Wildsäuger, Faultiere, Vögel und nach erfolgter Anpassung des Virus auch neuerdings der Mensch. Das Oropuschfieber ist eine in der Regel gutartig verlaufende Krankheit. Die Inkubationszeit beträgt vier bis acht Tage. Danach beginnen die Symptome mit Schüttelfrost, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Selten kommt es zu einem Exanthem und einer Beteiligung des Zentralnervensystems in Form einer Meningitis. Eine Impfung oder spezifische Therapie ist nicht bekannt. Es kommt im Amazonasgebiet, der Karibik und Panama vor. Quelle der Erläuterungen Wikipedia Nun wurde der erste Fall auf Gran Canaria entdeckt. Ein dort ansässiger 49-jähriger Mann war auf Kuba gewesen und hat scheinbar die Infektion mitgebracht. In Spanien sind damit insgesamt sechs importierte Fälle registriert. Er hat Symptome wie Fieber, Durchfall und Gelenkschmerzen. Grund für den Hausarzt, ihn an das Hospitalario Universitario Insular in Las Palmas zu überweisen, um Proben zur Analyse zu entnehmen. Diese wurden an das Nationale Zentrum für Mikrobiologie geschickt. Eine Organisation Die leider gerade das positive Ergebnis bestätigt hat. Die auf den Kanarischen Inseln durchgeführten Tests zum Nachweis von den G-Fieber, Zika und Chikungunya waren negativ ausgefallen. Chikungunya-Fieber ist eine mit Gelenkbeschwerden einhergehende tropische Infektionskrankheit, die durch Stechmücken übertragen wird. Die Erkrankung wurde insbesondere im östlichen und südlichen Afrika lokalisiert. Der Patient, der sich nach der Verabreichung eines entsprechenden Medikamentes positiv entwickelt hat, musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden und wird weiterhin zu Hause epidemiologisch überwacht. Großbrand in Las Palmas Am Donnerstag verursachte ein Feuer den Großbrand von mehreren Palettenstapeln im umzäunten Bereich eines Unternehmens in Merkalas Palmas. Eine Treibstoffladung erzeugte eine große Rauchwolke über Chinamar und den umliegenden Gebieten. Die Flammen, die eine beträchtliche Höhe erreichten, brachen am Feiertag kurz vor 4 Uhr nachmittags aus, sodass die Einrichtungen des Lebensmittelmarktes geschlossen wurden. Mehrere Mitglieder des Feuerwehr- und Rettungsdienstes von Las Palmas de Gran Canaria waren vor Ort. Dazu kamen Patrouillen der örtlichen Polizei der Hauptstadt. Trotz großer Mengen an Treibstoff im Feuer gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen in kurzer Zeit zu löschen. Den ganzen Nachmittag über gelang es ihnen, den gesamten Umkreis abzukühlen. Die Flammen verursachten eine große Rauchwolke, die sowohl von der Autobahn GC1 als auch vom gesamten Chinamartal aus sichtbar war. Die durch den Wind aufgewirbelte Rauchmenge löste Alarm aus. Allerdings war alles beängstigend, da das Feuer hauptsächlich Paletten und Müll betraf. Quelle La Provincia.es 124 Migranten Marokko fing in der letzten Woche ein Boot mit 124 Menschen auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln ab. Die Streitkräfte dieses Landes berichten, dass die betroffenen Menschen Erste Hilfe erhalten haben, bevor sie zum Hafen von Degla transportiert und den Diensten der königlichen Gendarmerie für die entsprechenden Verwaltungsverfahren übergeben wurden. Die marokkanischen Behörden gaben am Donnerstag bekannt, dass sie ein Boot mit 124 Migranten, darunter 12 Frauen, vor der Küste der Stadt Degla in der besetzten Westsahara abgefangen haben einer Migrationsroute. Über die versucht wurde, die Küsten der Kanarischen Inseln zu erreichen. Der Generalstab der marokkanischen königlichen Streitkräfte hat in einer auf seinem Facebook-Konto im Sozialen Netzwerk veröffentlichten Erklärung darauf hingewiesen, dass das Abfangen durch eine Einheit der Royal Navy etwa 240 Kilometer südwestlich von Degla erfolgt sei. Alle Geretteten stammen aus Ländern südlich der Sahara. Quelle eldiario.es Info von visitmarokko.com Degla ist ein kleines Stück Paradies im Süden Marokkos, verloren zwischen den Gewässern des Atlantiks und dem Sand der Sahara. Da zu sein, ist eine Freude, ohne Mäßigung konsumiert zu werden. Kilometerlange Strände erstrecken sich von einer Seite der Stadt bis zur anderen, eine Gelegenheit zur Entspannung und eine Gelegenheit sich allen Arten von Wasseraktivitäten hinzugeben. Zum Schluss noch ein paar Bilder zum heftigen Unwetter auf den Balearen. Hallo. Wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.